Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welli 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 Welli. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir mal ein bisschen die Wüste weiter. Ganz genau, wir gehen aber erstmal zu Dagobert. Im letzten Part hatte ich da ja das Rapunzel-Schloss reingestellt, das Corona-Rapunzel-Schloss. Witzigerweise hatte ich das auch beim letzten Video in den Titel geschrieben. Rapunzel-Corona-Schloss und unter dem Video wurde auch so eine Covid-Anzeige geschaltet. Finde ich eigentlich ganz lustig. Hat mich einer darauf aufmerksam gemacht. Genau, Klamotten, natürlich wieder nichts. Wir warten auf das nächste Update, ihr wisst Bescheid. Es kommt ja dann mit Küss den Frosch und Rift in Time Act 3 Update. Darum lasst gerne ein Abo, Like, Like aktiviert, gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das gehen wir natürlich alles durch. Ich schätze mal, Ende August wird das irgendwann kommen. Ich tippe ja wirklich auf den letzten Mittwoch im August oder so. Ansonsten Anfang September, aber ich glaube, es wird noch Ende August kommen. Oh, Küchentheke. Es gibt tatsächlich noch Küchentheken, die ich noch nicht habe. Eine schwarze Ecktheke mit schwarzer Marmorfläche. Sehr, sehr hübsch. Wahnsinn, dass wir noch neue kriegen. Ich dachte, ich hätte wirklich schon alles gesehen. Das haben wir alles schon, genau. Das kennen wir schon. Das haben wir auch alles schon. Schaufenster sind natürlich auch leer. Oh, schön. Was ist das denn? Remy Side Table 1. Zero Run. Nehmen wir mit. Schön. Passt gut zu diesen neuen Remy-Möbeln auch. Küchentheke. Die habe ich tatsächlich schon. Ja, ich sollte, glaube ich, alles haben. Lampen, Lampen, Lampen. Lampen Olli. Das haben wir auch schon. Genau. Ansonsten ist der Laden ziemlich, ziemlich leer. Ja. Jetzt machen wir uns mal wieder in die Wüste ran. Ich zeige euch mal, was ich bisher schon auf der neuen Insel gebaut habe. Ist eigentlich schon ein bisschen was. Also wir haben ein bisschen was geschafft. Genau. Dargobert haben wir hier schon ein bisschen was gebaut. Für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen. Hallo, hallo, hallo. Genau, hier haben wir ein bisschen was gemacht. Habe ich alles so goldgrau und sowas gestaltet, so ein bisschen. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Gefällt mir richtig, richtig gut hier, die Dargobert-Insel. Richtig cool. Da habe ich jetzt auch die neue Statue positioniert. Da hatte ich jetzt vorher dieses Hologramm-Tischlein von Jafar. Da habe ich jetzt hier diese neue Statue hingestellt. Von Alles steht Kopf. Die man ja bei 200 Erinnerungen bekommt. Genau, hier so ein bisschen was. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ja, hier werden wir natürlich dann... Wahrscheinlich werde ich hier Remy hinstellen. Das werde ich aber noch alles bauen. Remy ist nicht ganz so interessant, weil... Wie sollte man Remy anders bauen als auf der anderen Insel, ne? Das ist das Problem, damit das anders aussieht. Ich glaube, Remy wird relativ langweilig werden. Oder müssen wir noch auf das neue Update warten. Das war natürlich die Dreamsnaps-Location. Das wird noch alles abgerissen. Hier muss ich halt auch noch super viel machen. Leider haben wir einfach noch nicht genug Möbel und Häuser für dieses uralte Gebiet. Hier habe ich noch dieses Thunhaus. Muss ich auch noch mal gucken, was ich damit mache. Hier hatte ich mein altes Haus. Jetzt wohne ich in dem Corona-Palast. Beziehungsweise im Rapunzel-Palast. Hier haben wir halt auch noch gar nichts. Hier hätte ich halt gerne uralte Häuser. Oh, grüne Kisten. Ui. Nehmen wir mit. Hier hätte ich halt gerne noch mehr Häuser, die dem uralten Stil entsprechen. So graue Bauten oder sowas. Das fehlt mir leider noch ein bisschen, muss ich sagen. Da könnten sie gerne noch mehr bringen. Eigentlich wäre es auch am cleversten, erst wirklich in zwei Monaten oder so zu bauen, wenn das neue Update da ist. Ja, dass wir nochmal neue Wege bekommen und so weiter. Ich würde auch gerne den Dschungel weiterbauen. Ah, da fehlt mir halt auch immer noch ein Wüstenweg tatsächlich. Ja. Darum werde ich noch ein bisschen auf den Dschungel warten. Und der Dschungel ist so riesig. Hier müssen wir natürlich auch noch alles machen. Ja, das wird noch dauern. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr noch nicht mal alles hier fertig und voll kriegen. Ja, Wüste. Wie gesagt, haben wir sehr, sehr viel. Ich kann es euch nochmal gerne zeigen. Hier möchte ich ja so ein bisschen, ich habe ja auch nochmal ein paar Sachen hingestellt. Hier will ich ja so ein bisschen alle Attraktionen hinstellen. Hier müssen wir auch die zweite Kirmes sozusagen hinstellen. Ich habe ja schon eine Kirmes auf der Wiese. Hier werden wir sozusagen die zweite Kirmes hinstellen, weil wir halt so viele Attraktionen noch haben. Ich weiß sonst nicht, wohin damit. Hier will ich das ja so ein bisschen Las Vegas-mäßig gestalten und so ein bisschen wie eine Vergnügungsmeile. Sehr bunt, sehr schrill, ne. Viele Attraktionen, viel Unterhaltung. Ich denke mal, das Haus werde ich hier hinten hinmachen. Da warte ich aber auch noch auf weitere Wüstenartikel. Ja, das ist mir noch zu wenig. Dann machen wir erstmal das hier weg. Das kommt auch hier unten auf jeden Fall hin. Haben wir noch Platz. Wahrscheinlich werde ich das aber alles gar nicht in einem Part schaffen. Das muss auch noch da unten hin. Genau. Und da will ich halt noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt hier noch dieses goldene Kamel. Ich habe noch diese goldene Kobra. Genau, das will ich eigentlich hier dann gerne dekorieren. Geht es hier so hin? Okay, muss das verschwinden. Genau, dann werde ich hier diesen Wüstenpalastbereich auf jeden Fall noch machen. Dann ist die Wüste an sich fertig. Hier habe ich jetzt dieses Corona-Schloss. Da wohne ich jetzt auch drin. Kann ich euch auch noch mal gerne zeigen als kleines Update. Und ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, eine Kirmes zu bauen. Ich weiß, viele von euch sind auch nicht gerade ein großer Fan davon. Aber wir müssen leider die ganzen Gegenstände dafür verwursten. Uns bleibt keine andere Wahl. Die ganzen Karossels müssen irgendwo hin. Ich will jetzt auch nicht im Inventar verstauben lassen. Ich will schon die ganzen großen Sachen auch wirklich benutzen. Vor allem die ich auch für Mondsteine gekauft habe. Ich will das echt alles verwursten. Mein Ziel ist es wirklich, jeden Gegenstand, auch jeden Deko-Gegenstand, jedes Haus zumindest einmal irgendwo hingestellt zu haben. Ja, hier ist jetzt der Bereich. Hier habe ich jetzt auch Goofy-Stand hingestellt. Dann haben wir ein bisschen diese Wand hier verdeckt. Da passen nämlich keine Pflanzen mehr hin. Goofy-Stand passt leider stilistisch nicht so richtig in die Wüste. Was ich aber auch noch cool finden würde, wenn sie diese Goofy-Stände nochmal stilistisch anpassen würden. Also, dass es einen Dschungel-Goofy-Stand gibt, einen Wüsten-Goofy-Stand, einen Strand-Goofy-Stand. Das finde ich ein bisschen schade, dass das alles so Valley-mäßig aussieht. Das passt alles auf den Hauptplatz und auf die Wiese, aber nicht so richtig hier hin. Das finde ich ein bisschen blöd. Genau, hier habe ich jetzt über den Kakteen hingemacht. Habe ich euch auch schon mal kurz gezeigt. Werkbank. Hier vorne so eine kleine Oase. Ich habe diese Vasen auch nochmal hergestellt an der Werkbank. Hier dieser Eingangsbereich. Diese Orangenlaternen finde ich auch ganz schön. Wüstenlaternen fehlen natürlich auch nochmal komplett. Wüstenbänke. Wüstenmülltonnen. Ich hoffe, das kommt alles mit Akt 3 in ein paar Wochen. Das finde ich richtig schön. Hier diese Schalen habe ich nochmal gemacht. Kakteen links und rechts. Hier nochmal diese Gitter. Die gab es ja im Mondsteine-Laden mal. Zeitwerkbank. Hier diese Sanduhr. Diese Sandfelsen finde ich ganz schön. Ja. Hier habe ich nochmal Jaffars Hologrammstein. Ich hoffe, der wird nochmal irgendwie nötig werden in Rift in Time Akt 3. Ja, hier auch nochmal diesen Brunnen so ein bisschen dekoriert. Mit ein paar Laternen. Genau. Viele Kakteen drumherum. Viele Pflanzen. Hier die Sanduhren an der Seite. Die Großen. Also gefällt mir richtig gut. Bin ja jetzt, wie gesagt, auch eingezogen. Habe jetzt hier mein Haus reingemacht. Fürs Erste bleiben wir erstmal hier wohnen. Finde ich ganz cool. Das ist ein bisschen komisch, dass es von innen so asiatisch aussieht. Passt eigentlich gar nicht. Aber finde ich, ich mag es hier ganz gerne. Ist gemütlich geworden. Ja. Ich versuche mich hier ein bisschen heimelig einzurichten auf dieser Insel. Hier nochmal diese Bodenplatten und so weiter. Ja. Schaut, dass man hier keinen Weg hier legen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja. Wir werden jetzt hier echt die Kirmes bauen müssen. Das wird natürlich lange, lange dauern. Ihr kennt mich ja. Hier oben haben wir dann noch diesen antiken Bereich zumindest. Hier oben. Auf diese Erhöhung haben wir ja gebaut. Hier habe ich auch noch nichts gemacht. Ich gucke mal, was ich hier nochmal hinmache. Vielleicht werden noch mehr Herkules-Sachen kommen. Wenn ich die auf jeden Fall hier hinstellen. Finde ich eigentlich ganz schön. Das passt ganz gut. Genau. Wüste-Dschungel kann ich euch nochmal zeigen. Habe ich natürlich auch noch nichts gemacht. Wir haben auch für den Dschungel wirklich noch nicht so viel. Der Dschungel ist einfach richtig, richtig groß. Also guckt euch mal an, wie viel Platz wir haben. Hier will ich auf jeden Fall wahrscheinlich die Mulan-Space hinmachen. Da warte ich halt nur auf die Mulan-Mauer, auf viele Mulan-Häuser. Die kommen ja alle noch in den nächsten Shop-Updates. Darum werde ich den ganzen Mulan-Bereich noch gar nicht bauen. Und mir fehlt ein bisschen Dschungel-Weg. Wir haben leider keinen Weg so richtig für den Dschungel. Dieser braune Main-Street-Weg ist schon gut. Und natürlich haben wir auch zu wenig Häuser. Wir haben bisher nur das hier bekommen und hier diese Hütte und diese Bötchen. Da könnte man vielleicht ein bisschen den Bereich mit dekorieren. Aber dann war es das auch schon. Also wir brauchen auch mehr Dschungelhäuser, die hier reinpassen. Und wie gesagt, einen Dschungelweg. Auch Dschungelbänke, Dschungellaternen haben wir bisher auch noch nicht wirklich bekommen. Ich hoffe, Rift in Time, Akt 3 wird Regeln. Und hier hauen wir ein paar Items raus, ein paar Sachen zum Dekorieren. Darum warte ich ja noch ein bisschen. Ich weiß, als Weg nehmen auch viele diese Bretter. Diese Tropenholzbretter finde ich aber als Weg auf so einer großen Fläche nicht so schön, muss ich sagen. Auf so kleineren Flächen mal ganz okay, die zu benutzen. Aber ich brauche einen richtigen Weg mit Rand und so weiter. Darum warte ich wahrscheinlich mit dem Dschungel noch ein bisschen. Und auf weitere Häuser. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal irgendwie an. Ich habe null Plan. Wir haben viele Gebäude. Wir können es gut füllen auf jeden Fall. Und wie immer fange ich natürlich bei den Ein- und Ausgängen an. Ich würde hier einfach mal anfangen. Oh Gott, das haben wir ja auch noch hier. Dieses nicht so schöne Karussell. Da muss ich auch noch mal gucken, wohin damit. Das gefällt mir auch so gar nicht. Haben wir noch irgendwo Platz? Ansonsten mache ich es erstmal weg. Ja. So. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Laterne hier nutzen soll. Ich muss mal gucken, wie es aussieht. So, hier fangen wir an. Und hier würde ich wahrscheinlich dann auch erstmal diesen braunen Weg nehmen. Ich weiß sonst auch nicht, was passt sonst in die Wüste. Das ist ziemlich schwierig. Der Weg, der ist mir so ein bisschen zu königlich und zu grell. Also, er würde schon irgendwie hier hinpassen. Hm. Ist aber nicht so ganz mein Geschmack. Also, Wüste finde ich jetzt wirklich schwierig. Vor allem in diesem großen Bereich. Äh. Genau diese meine ich hier. Dass man die als Weg nutzen kann für den Dschungel. Ist eine gute Idee. Man könnte natürlich auch Teppiche für den Dschungel nehmen. Nur ich bin leider auch kein Fan von diesen Teppichen als Wege. Sehe ich auch sehr, sehr oft. Ist auch eine gute Idee. Man kann auch viele verschiedene Texturen und so weiter benutzen. Trotzdem mag ich nicht so gerne Teppiche als Wege zu benutzen. Weil ich will Wege auch ein bisschen variieren von der Breite. hierher und so weiter. Und bei den Teppichen hast du immer nur dieselbe Breite. Und es sind im Endeffekt auch nur Teppiche. Ich will ja schon richtige Wege nutzen. Wir haben halt diese bunten Dinger hier noch. Keine Ahnung, wo ich das nutzen soll. Aber das auf so einer großen Fläche sieht, glaube ich, auch komisch aus. Boah. Schreibt aber gerne in die Comics, wie ihr das findet. Darum nehme ich, glaube ich, einfach nochmal diesen Braunweg hier. Diesen Main Street Weg, den wir auch hier genutzt haben. Ich finde, das ist der Wüstenartigste. Ich finde den E-Mail echt ganz schön. Wir haben sonst noch so einen Schuppenweg. Den habe ich aber, glaube ich, gar nicht hergestellt. Oder? Habe ich davon ein bisschen was? Habe ich, glaube ich, gar nicht. Hier sind natürlich so kleine Accessoires. Müssen wir eigentlich auch nochmal ein bisschen mehr benutzen. Aber ich glaube, ich nehme erstmal den. Ich habe da jetzt richtig viel von hergestellt. Der sieht schon gut aus. Also das ist auch einer meiner Lieblingswege geworden. Den mag ich richtig, richtig gerne. Und da müssen wir mal schauen, dass wir das hier alles wieder irgendwie pflastern. Dass wir heute zum Beispiel schon mal so ein Teilstück von dem Ganzen schaffen. Es ist so schade, dass man hier keinen Weg reinlegen kann. Och Mann. Das ist so ärgerlich. Liebe Entwickler, bitte mal patchen. Könnt ihr mal sehr, sehr gerne machen. Aber diese ganzen kleinen Ecken und Kanten sind ein bisschen nervig. Hier drunter sieht man auch gar nichts. So, gehen wir jetzt mal hier hin. Oh, ich mag den ganz gerne. Ich finde ihn gut. Ne? Natürlich kommen auch wieder überall Bäume hin. Wir werden auch wieder die Palmen nutzen. Wir nehmen natürlich hier diese trockenen Bäume, Kakteen und so weiter. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja immer einer. Ich brauche halt wirklich in dem Biom auch die Bäume, die ins Biom passen. Ich kann das leider nicht anders. Ich könnte jetzt hier nie einen Magnolienbaum hinstellen. Das kriege ich einfach mit mir nicht vereinbart, mit meinem Gewissen. Für mich muss das hier auch wirklich zum Biom passen. Wenn ich in der Wüste bin, will ich mich auch wie in der Wüste fühlen. Das sehe ich auch sehr oft bei anderen Whaleys oder anderen Spielen. Da haben welche in den Biom wirklich Tannebäume. Neben dem Tannebaum haben sie einen Dschungelbaum. Dann haben sie plötzlich wieder einen Kaktus. Dann haben sie plötzlich wieder einen Laubbaum. Dann wieder so einen eisigen Baum. Alles in einem Biom. Das könnte ich nie. Ich habe da heilen Respekt vor. Denn mein innerer Monk sagt mir, nein, das geht so nicht. Für mich muss das immer klimaabhängig und biomabhängig wirklich passend dekoriert sein. Ich kann das nicht anders. Ich könnte hier nie einen eisigen Tannebaum hinstellen. Das würde mich verrückt machen. Und so verwaschen sich die Biome leider auch so ein bisschen. Weil ich finde, jedes Biom braucht auch seine eigene Identität. Wenn du jetzt hier alle Bäume hast, verliert das an Identität. Wenn du in der Wüste bist, sollst du dich auch wie in der Wüste fühlen. Zumindest meiner Meinung nach. Und darum dürfen hier auch nur Wüstenbäume hin. Und alles muss wüstenartig aussehen. Ihr wisst ja, was ich meine. In den eisigen Höhen dürfte für mich jetzt zum Beispiel auch kein Laubbaum so richtig hin. Oder vielleicht ein roter Laubbaum noch irgendwie von den Farben her. Aber da dürfte für mich jetzt keine Kaktee hin. Oder ein Dschungelbaum. Das würde für mich einfach nicht passen. Eine Birke passt da zum Beispiel auch noch ganz gut hin. So, das gucken wir mal. Das kann auch erstmal weg. Vielleicht müssen wir gleich noch ein bisschen aufräumen. Ich finde den Weg eigentlich ganz cool, ne? Diese komischen Ecken und Kanten nerven ein bisschen. Vielleicht mache ich das dann hier so weg. Da kann man da noch so ein paar Bäume hinstellen. Jaja, ist glaube ich ein bisschen besser. So, jetzt kommt man hier rein. Jetzt bin ich mal überlegen. Wahrscheinlich muss ich noch super viel Deko herstellen. Ich glaube, das werde ich hier auch in der Ecke behalten. Das ist ja so ein typisches Eckhaus. Das finde ich eigentlich hier gar nicht so verkehrt. Das kann man ja eh nicht so mittig hinstellen. Es geht sogar Weg da drunter. Das finde ich sehr gut. Ne? Das finde ich passt auch gut auf so eine Kirmes. Oder auf so ein Las Vegas mäßiges Ding. So. Das würde ich einfach hier so stehen lassen. Mal gucken, ob man dahinter vielleicht noch Bäume macht. Okay, man kann hier nicht mal an den Stein. Ich muss da gucken. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen nach vorne. Ne? Blümchen ist noch im Weg. So. Aber da werden wir wahrscheinlich mehrere Videos für brauchen. Aber darum fände ich auch mal schön, wenn sie mal in den Mondsteinshop so Packs bringen würden. Zum Beispiel Wüstenmöbelpack. Dass du dann für 4000 Mondsteine einfach mal so 20 Wüstenmöbel bekommst. Oder so. Das fände ich mal richtig geil. Wenn sie es schon nicht gratis bringen. Ne? Oder irgendwie so ein Dschungelpackage. Fände ich mal ganz schön. Aber leider machen sie das nicht. So. Ich weiß auch nicht, ob die Laternen hier wirklich hinpassen. Die sehen auch zu crazy aus. Ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Ich meine irgendwie... Es soll ja schon ein bisschen Kirmes mäßig sein. Ne? Wir gucken mal. Es soll ja schon ein bisschen verrückt und Kirmes mäßig sein. Hier will ich auf jeden Fall die Orangenen Laternen lassen. Die finde ich eigentlich echt schön. Ich liebe auch diesen Bereich. Also der gefällt mir echt gut. Also muss ich echt sagen. Also ist noch nicht ganz fertig. Da werden wir natürlich auch noch ein bisschen werkeln. Ne? Noch eine Reihe können wir ja nochmal ziehen hier. Also schreibt mal gerne in die Kommis, wie ihr das dekoriert habt. Ihr könnt wie immer natürlich auch eure Bilder oder auch Videos in den Discord posten. Oder auf die Facebook-Gruppe bei mir. Da sind wir jetzt auch schon 1200 Leute. Vielen, vielen Dank. Im Discord nähern wir uns auch schon den 2000. Danke, danke, dankeschön. Und wir nähern uns auch schon den 10.000 Abonnenten so langsam. Das sollte im August auf jeden Fall klappen. Da werden wir auch einen großen 10.000 Abonnenten-Stream machen. Vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Nochmal, ihr seid super, super geil. Ich liebe euch. Dankeschön. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Auch, dass ihr Spaß hier habt an den Bauvideos. Ich mache ja auch absichtlich kein Speed-Building. Wer ist das? Speed-Bauen, Speed-Building. Also, dass man das so vorspult und einfach nur Musik drüber legt. Ich mag das eigentlich mal ganz gerne, das einfach so ein bisschen langsam zu machen. Dafür vielleicht mehrere Parts, ne? Ja. So. Also mir gefällt das eigentlich schon mal ganz gut soweit. Kann man das hier wegmachen im Bau? Ne, ne? Die sind alle hier fest installiert. So. Jetzt will ich mir überlegen. Auch hier dieser Bauernhof. Wo soll man damit hin? Das ist ja eigentlich ein Bauernhof-Geschäft von Toy Story. Ein Spielzeugladen. Auch schwierig. Würde ich, glaube ich, auch erstmal hier vielleicht erstmal wegmachen. Würde für mich auch erstmal nicht hinpassen, weil wir kaum Bauernhof-Sachen haben. Ne? Wir haben natürlich diese Heuhaufen. Aber wir haben keinen Traktor. Wir haben keine Kühe, keine Schafe, keine Schweine. Da würde mir auch noch ein bisschen was fehlen. Das wird auch noch schwer zu dekorieren sein. So. Wenn wir jetzt hier reinkommen. Das ist auch so ein Riesen-Oschi hier, das Teil. So. Las Vegas. Was soll man zuerst sehen, wenn wir reinkommen? Da oben haben wir auch noch viele Karossel. Jetzt die Pizza Planet haben wir noch. Wie sieht das? Eigentlich finde ich das doch ganz cool. Vielleicht würde ich das... Dass wir das hier vielleicht so ein bisschen in das Zentrum hier machen. Mal gucken. Muss erstmal noch ein bisschen aufräumen. Ja, wird schwierig. Aber kann auch Spaß machen, das Biom-Stück hier. Ne? Weg finde ich aber an sich schon mal gut. Der ist schön schlicht. Der hat nicht diese grellen Farben. Finde ich cool. Ich könnte nochmal den Schuppenweg herstellen. Da könnte man auch nochmal schauen. Hier, die ganzen Dinger mache ich mal weg. Oh, Münzen einsammeln. Dö, dö, döm, 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 so. Ne, und bei 10.000 Abonnenten wird es natürlich auch wieder ein Gewinnspiel geben, natürlich. Ne? So, jetzt bin ich überlegen. Wenn man jetzt hier hochkommt, erster Eindruck. Wir brauchen auf jeden Fall Bäume. Das finde ich eigentlich ganz cool. So für den Anfang, glaube ich, das hier. Kann ja vielleicht da schon mal so einen Baum hinmachen. Ich brauche auf jeden Fall Bäume, Bäume, Bäume. Ich weiß auch gar nicht, was ich für Bänke benutzen soll. Da haben wir auch noch nichts so richtig, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das Finale überhaupt zu Ende bekomme. Vielleicht warte ich wirklich erst auf Akt 3. Dass wir da dann noch weiterbauen. So, kleine Palme. Passt die hier irgendwie hin? Ja, guck mal, hier ist doch schon mal ganz schön. So, dass wir schon mal ein bisschen Schatten haben. Ich mag die auch sehr gerne. Da geht ein bisschen Sand drüber. Das ist ein bisschen doof. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Kann ein bisschen Sand wohl rübergehen. So, dass wir hier schon mal Palmen haben. Ich glaube, hier hätte ich auch lieber eine Palme als so eine komische Laterne. Vielleicht mache ich die erstmal weg. Ich weiß eh nicht, ob die mir gefallen. Ich habe die bisher noch nirgendwo benutzt. So, was könnte ich mir hier noch hin machen? Schauen wir mal. Ich hätte gerne noch dünnere Palmen. Zum Beispiel diese Palmen könnte ich hier auch nicht benutzen. Weil das sind für mich eigentlich eher so Strandpalmen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber die habe ich zum Beispiel hier gut benutzt. Weil hier würde ich ein bisschen Abwechslung schaffen. Und nicht nur diese Palmen hin machen. Da habe ich zum Beispiel auch diese normalen genommen. Hier finde ich es aber noch ganz okay mit dem Wasser und so weiter. Aber ich glaube, hier würde ich es erstmal weglassen. Weil man sieht ja auch hier, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Die haben zum Beispiel auch nur diese Bäume. Die haben Kakteen und auch nur diese Palmen. Und das wäre ein bisschen komisch, wenn man dann diese anderen Palmen nehmen würde. Also für mein Verständnis. Ihr könnt mich für verrückt halten. Aber ich muss dann wirklich auch nur diese Palmen hier nehmen. Die könnte man auch gut nutzen. Die ragen halt nur sehr weit immer rein. Das ist ein bisschen stört. Ich weiß nicht, geht hier noch einer hin? Guckt auch so ein bisschen drüber. Können wir noch ein bisschen drehen vielleicht? Ja, so wäre es noch am wenigsten. Oder so. Ja, so ist gut. Guck mal. So, da haben wir auch schon mal schön Palmen. Das mag ich doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal gut. Ne? Das sieht doch schon mal einladend aus, finde ich. Ein bisschen Weg können wir noch mal legen. Mal für den Gesamteindruck. Ich würde ja auch gerne zum Beispiel Wege mal mixen. Aber da hat man dazwischen immer diesen grünen Streifen. Was ich mal ein bisschen blöd finde. Das stört mich zum Beispiel auch mal hochgradig. Geht kein Weg hin, ne? Ne, da geht kein Weg hin. Hier müsste ich noch ein bisschen eigentlich. Ist auch wieder kompliziert. Hier geht zum Beispiel auch kein Weg hin. Sehr, sehr schade. Finde ich ein bisschen doof. Ne? Ansonsten, man kann ja die Wege jetzt auch super leicht ersetzen. Falls da nochmal ein geilerer irgendwann kommt. Vielleicht kommt ja nochmal ein richtiger Wüstenweg oder sowas. Obwohl ich nicht wüsste, wie ein Wüstenweg aussehen sollte. Bin ich ehrlich. Wahrscheinlich dann einfach sandig. Vielleicht so ein anderer Sandton, ne? Ja, so ein anderer. So ein bisschen wie auf der sonnigen Ebene. Dieser verbrannte Weg. So. Ja, dazwischen werden natürlich auch noch Bäume kommen und so weiter. Ihr kennt mich ja. Neue Brunnen werden auch nochmal schön. Gerne Brunnenpack bringen. Wäre auch cool. Laternenpacks wäre nochmal schön. Darum werde ich auch demnächst weniger im Mondsteinladen Klamotten kaufen. Ich will ja ein bisschen Mondsteine jetzt sparen. Dass wir da wirklich ein bisschen diese Klamottenflut, ähm, nicht mehr so zulassen. Weil ich ziehe die ganzen Sachen eh nie an. Genauso wie jetzt aktuell dieses Drachenkostüm. Oder dieses Rapunzelkostüm trage ich halt nie. Und dann verschwendet man dafür praktisch drei, viertausend Mondsteine eigentlich. Und man zieht die Sache nie an. Was immer ein bisschen doof ist. Da kann man sich das besser aufheben. Ne? Warte, ich stelle es mal woanders hin. Ja, die Laternen sind auch nicht so meins. Aber es soll ja auch ein bisschen verrückt aussehen. So. Ich glaube, das reicht dann für Weg, an Weg für heute. So. Ja, das könnte man so ein bisschen als Zentrum hier machen irgendwie. So als Besucherzentrum-Café. Das muss auch noch hier weg, das Teil. Jetzt lädt ein bisschen der kleine Ninja-Stern. Ne? Aber wie gesagt, schickt gerne mal eure Bilder und Videos, ne? In meinen Discord, in meine Facebook-Gruppe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt natürlich auch mal privat schreiben. Oder schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Könnt ihr zum Beispiel jetzt auch hier eisige Bäume hinstellen? Könnt ihr auch hier Tannenbäume hinstellen? Oder könnt ihr zum Beispiel auch einen eisigen Weg hier hin machen? Könnt ihr damit leben? Schreibt es gerne mal in die Comics. Da ist ja jeder anders. Ne? So, man kommt hier rein. Ich bin überlegen. Ich bin überlegen. Das wird echt schwierig. Man kann es leider auch nicht... Man könnte es natürlich auch direkt mittig hier stellen. Aber dann passt das wieder mit der Ecke nicht. Ja. Ja. Ich mache das auch erstmal hier weg. Vielleicht mache ich das auch... Ja, vielleicht mache ich das auch hier so hin. Wäre eigentlich auch ganz okay. Passt zwar nicht ganz in die Ecke. Aber da hätte man es hier auch ein bisschen gefüllt, ne? Obwohl diese Treppe ja schon echt schön ist eigentlich. So, da haben wir hier noch irgendwo eine Ecke. Hier, ja, hier kommt das... Ja, hier würde es theoretisch auch noch gehen, ne? Dass wir vielleicht hier so die Ecke reinstellen. Dann würde ich das vielleicht auch erstmal entfernen. So, genau. Diese V8-Tankstelle passt ja eigentlich auch gut hier hin. Mal gucken. Müssen wir mal überlegen. Wie wir das gestalten. Das ist echt nicht leicht. Ja, hier so ein bisschen in die Mitte. Oder wenn wir von hier so kommen, wäre eigentlich auch cool. Aber ich würde sagen, da ist ja so der Haupteingang zum Biom, ne? Man kann es natürlich auch... Ja, ich weiß nicht. Oder so. Oder so. Ja, man könnte es theoretisch auch so machen, ne? Aber ich sehe es eher so von der Seite. Machen wir es so in die Mitte. Schwierig jetzt zu sehen, ob es jetzt komplett zentriert ist auf dieser Fläche. Hier noch ein bisschen Weg hin. So, die V8-Sachen sind alle von Cars, glaube ich, ne? Habe ich letztens mal in so einem Ausschnitt gesehen. Da dachte ich, ach, da ist ja das V8-Café. Ja. Ich finde, das sieht gar nicht nach Cars aus, irgendwie. Das sieht irgendwie aus nach so einer 60er-Jahre oder 50er-Jahre-Serie oder sowas. Okay, das sieht komisch aus mit dem Weg. So, jetzt will ich mal überlegen. Wie machen wir das jetzt? Oder beides so? Ich meine, wäre auch cool, wenn die beiden V8s so in dieselbe Richtung zeigen, ne? Oh, ich bin... Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal gucken. Wenn ich jetzt von hier hochkomme... Ja. Weil eigentlich kommt man ja immer von da. Natürlich sowas ist auch cool. Ja. Oder man kommt von hier. Schau, dass es nicht auf jeder Seite dieses V8-Symbol ist. Ja, nach hier ist, glaube ich, ein bisschen Verschwendung, weil da direkt diese Mauer ist. Machen wir es so. Ich würde es so lassen, ne? Machen wir es so. Kann man da in die Ecke vielleicht noch so eine Palme hinmachen? Ich muss das immer mit Bäumen auch alles sehen. Eine schöne Palme. Geht die hier vielleicht noch in die Ecke rein? Ja, ich würde da nicht... Ein Bäumchen muss da auf jeden Fall hin. Geht der Weg noch weg? Wah, warte. Na, hier das Stück muss noch weg. So. Genau, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, es glitscht so ein bisschen in den V8-Schild da oben rein. Finde ich aber nicht so schlimm. Finde ich schon mal ganz gut. Ne? Hat mir nicht nur sogar ein cooles Auto dafür. Ich weiß es gar nicht. Denke, weiß ich auch nicht, ob ich die hier benutze. Ah, gefällt mir auch nicht so ganz. So, ja. Gucken wir uns einfach mal so von hier an. Ja, ich glaube, die Perspektive ist auch ein bisschen besser. So. Ja, vielleicht da noch irgendwie einen Baum hin. Wir könnten auch mal andere Bäume nehmen. Kakteen müssen wir auf jeden Fall viele benutzen. Hier ist natürlich immer das Problem, die brauchen viel Platz. Und meistens kannst du die nicht hinten reinquetschen. Das ist das Problem. Die Palmen sind da ein bisschen besser für geeignet. Darum nehme ich die eigentlich mal ganz gerne. Ja, da guckst du auch wieder so ein bisschen rüber, was ein bisschen schade ist. Das ist auch ein bisschen doof. Was geht hier noch? Geht da noch irgendwie was? Ja, guck mal. Hier geht noch da hin. Das ist doch cool. Ne? Ja, die ist so fett. Hier gucken wir auch noch mal eine hinmachen. Dünenbaum. Das wird so ein bisschen die Ränder schon mal vollkriegen mit irgendeinem Zeug. Ja, vielleicht dann einfach da nur Kakteen hinmachen oder so. Was macht man halt hier drumherum? Es ist natürlich rund, das Gebäude. Das macht es problematisch. Was machen wir hier drumherum? Man kann natürlich hier mal so ein bisschen freilassen, ja, dass wir ein bisschen mit Pflanzen hier drumherum arbeiten. Das finde ich ja eigentlich auch mal ganz schön. Also wie ihr seht, viel werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen. Ich denke mal, nächste Woche werde ich dann noch weiterbauen in den Videos. Hier vielleicht irgendwie so eine Beetanlage. Boah. Vielleicht einmal auf den Weg. Dankeschön. So. So, so, so. Irgendwie mal gucken. Ist dann auch ein bisschen schwierig mit den Bäumen und so weiter. Oder weiter nach außen vielleicht. Ja, können wir auch mal gucken. Nein, ich will nur den Weg bearbeiten. Das will so machen. So, dann das Stück wieder zu. Das ist doch ein weiter nach außen machen. Dann können wir da natürlich auch nochmal schön Bäume reinstellen. Da kann ich natürlich auch so ein schönes Muster vielleicht ein bisschen reinmachen. Ja, vielleicht irgendwie so. Genau, das ist so. Nein. Aber so können wir uns gut umzingeln, weil wir haben ja wenig V8-Dekorationen, glaube ich. Wir haben ja nicht so viel. Keine Ahnung. Ich kann nochmal bei alles gucken, ob ich nochmal irgendwas Geiles finde. Ich weiß es nicht. Was hier noch gut hinpassen könnte. Was haben wir noch an V8-Dekorationen? Eigentlich nix so wirklich, oder? Ich schaue nochmal eben kurz durch, ob ich auf die Schnelle was sehe. Da auch bitte endlich das schnelle Runterscrollen, äh, äh, erfinden sozusagen. Liebe Entwickler, endlich mal einbauen, dass man ganz schnell nach unten gehen kann. Das ist auch so nervig. Die bunten Palmen, ja, eigentlich wären die irgendwie auch geil hier, ne? Ich stelle sie jetzt mal da hin. Mal gucken. Eigentlich ist es sogar ein bisschen abgefahren. Das passt sogar irgendwie. Ja, diese Bodenfliesen sind natürlich auch mega cool. Können wir auch mal da hinstellen. Laternen müssen wir halt mal gucken. Die sind natürlich auch echt schön, ne? Ich glaube, ich würde sogar eher die hier nehmen. Ja. Dass wir das noch hier so hinmachen. Die sehen geil aus, finde ich. Ja. Blau ist auch noch ganz okay. So, ja, das Gedöns hier. Ja, den Wagen müssen wir auf jeden Fall irgendwo noch hier hinstellen. Den habe ich ja auf der anderen, äh, auf der anderen Kirmes passt der leider nicht mehr hin. Diese Mülltonne. Machen wir es ganz klassisch erst mal mit diesen Mülltonen hier wieder. Kann ich auch mal hinstellen mit diesen Bänken. Gucken wir mal. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas V8-mäßiges? Ich habe leider nicht mehr alles im Kopf, was wir haben. Ich glaube nicht. Es gab nur die V8-Tankstelle. Ein cooles Auto wäre doch geil. So ein Cadillac oder sowas. Ja, irgendwie so ein 50er, 60er Jahre Auto oder sowas wäre doch ganz schön. Vielleicht wenn Cars irgendwann mal kommt. Wird der ganz sicher irgendwann mal kommen. Oh ja, das muss ich auch noch hier in den Dschungel stellen. Jungbrunn. Den werden wir natürlich auch nochmal hier irgendwo benutzen. Der passt auch perfekt hier rein. Sehr cool. Gut, dass ich den noch gesehen habe. Äh, da, 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 da. Ja, die ganzen Statuen und so weiter. So, vielleicht kommt ja jetzt langsam mal irgendwie was. Ich muss ja noch in jedes Biom noch mal so einen Sauger und sowas stellen. So, haben wir hier nochmal irgendwie was Interessantes. Asiatische Sachen, Bell-Sachen. Ein cooler Brunnen wäre nochmal schön, ne? Wir haben noch diesen ganz, ganz großen Brunnen. Den könnten wir eventuell auch nochmal benutzen. Aber der nimmt leider immer Weg weg, was ich ein bisschen schade finde. Stimmt, das haben wir ja auch noch hier Eingang. Ach ja. Oh. Ich kann es mal da hinstellen, aber es passt hier auch so gar nicht rein. Stimmt. Wir haben sogar noch diese ganze Kinderrutsche und so weiter. Stimmt. Ja, da ist so ein Spielplatz. Wäre auch nochmal irgendwie cool, ne? Blumenspieltisch. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht baue ich nochmal einen Spielplatz irgendwo hin. Stimmt, diese Zäune hätten wir noch. Aber die habe ich eigentlich auch schon benutzt. Ballons hätten wir noch. Können wir auch nochmal hier hinstellen. Das finde ich auch nochmal ganz witzig. Habe ich auch noch nirgends wo benutzt. Wir hätten halt Ostwalds Auto. Aber das mache ich, glaube ich, ins vergessene Land rein. Wo auch Ostwalds Haus steht. Ach, diese Schienen haben wir ja auch noch. Oh. Die müssen wir auch nochmal irgendwie verwursten. Ah, diese Schienen sind auch so doof, weil man gar keinen Zug darauf fahren lassen kann. Ah, die muss ich auch nochmal irgendwie hinmachen. Aber die passen für mich auch nirgends wo rein, so wirklich. Bing und Bong. Ja, passt der auch nochmal irgendwo hier hin. Können wir auch nochmal machen. Hier diese ganzen Bögen und so weiter. Würde hier einer gut. Ja, guck mal, hier könnte man sogar einen hinmachen. Der muss sogar fast da hin. Aber der ist nicht so schön. Warte mal. Wir haben noch schönere. Na, warte. Oh, wir haben noch den Food Truck. Oh, der muss aber an den Strand. Der muss an den Strand noch. Ja, leider haben wir nichts V8-mäßiges, ne? Viele asiatische Sachen haben wir. Die sind echt schön. Ja, diesen Torbogen finde ich auch geil. Oh, der kommt auch in den Dschungel. Nee, der kommt in den Dschungel. Genau, dann können wir da schon mal so einen Ballonbogen nehmen. Ist jetzt auch nicht ganz mein Geschmack, aber... Den Brunnen hätten wir noch. Habe ich aber auch schon auf der Wiese stehen, leider. Das DJ-Set, ja, das könnte man eigentlich auch nochmal da... Ja, wo ich das auch nochmal, glaube ich, an den Strand machen werde. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Ist nicht nochmal ganz cool. Halbe Stunde haben wir schon auf dem Tacho. So, das finde ich eigentlich ganz cool. Mal gucken. Okay, da geht der Baum weg. Nein! Oh! Aber ich habe mich schon ans neue Baumenü ein bisschen gewöhnt. Also mit ein bisschen Übung und so geht das eigentlich schon. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr ans Alter erinnern, so wirklich. Ich kann jetzt damit leben, halbwegs. So, geht der. Lassen wir es erst mal so. Ja, hier vorne... Ja, muss man mal gucken. Oder vielleicht der Baum ein bisschen nach hinten. Ja, guck mal, geht hier auch. So, und das ganz nach vorne, geht das? Ja, lassen wir es erst mal so. Oh, das sieht doch noch Freude und Spaß aus. So, damit das. Die Laternen sind eigentlich cool. Die Palmen, eigentlich haben die sogar... Ihm sind die geil, die Palmen. Weil die gut hier farblich zu dem Ding hier passen, ne? Hat irgendwie was. Oder es bringt nochmal so ein bisschen was rein, das Ganze. Publizieren? Ich bin am Überlegen. Und das ist natürlich sehr... Nur das Problem, man kann da drunter wieder nichts stellen, oder? Ist das so? Kann ich da jetzt zum Beispiel das da drunter machen? Das geht sogar. Das geht sogar. Ja, duplizieren. So, machen wir es mal so. Mal gucken. Oder was sagt ihr? Oder die Palmen weglassen? Oder eine nur hierhin? Das geht jetzt natürlich mit dem blöden Haus nicht. Hey, hier geht das, aber hier nicht. Warte, ich muss nochmal diesen Kristall da wegmachen. Aber sieht eh wie cool aus mit den Palmen, oder? Weil du dieses lila-blau einfach hast. Das spiegelt sich so schön in dem Haus wieder. Und dieses grüne dann noch vom Stamm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, wir müssen hier noch ein bisschen nach vorne. Ups. Was ist das denn hinten? Hinten passt, ne? Hier muss noch ein Stück länger. Darum geht das noch mit dem Baum nicht. So, was ist noch da? Also, vielleicht bin ich mal verrückt und mach das einfach mal. Haben wir das Ding nochmal? Dann vielleicht hier nochmal hin? Geht das? Das geht wieder nicht. Doch geht. Aber ich finde, das hat irgendwie was, oder? Das gefällt mir sogar. So. Und ich sag gerade noch, ja, ich mach keine Bäume vom Strand dahin. Aber diese Bäume sind wieder so verrückt und so Las Vegas-mäßig. Das passt schon wieder irgendwie dahin, muss ich sagen. Ja, nochmal hier so eine Palme in die Mitte. Wäre auch irgendwie geil, ne? Eine ganz große geht hier auch. Ja, dann haben wir wieder so ein bisschen Sand. Viva Las Vegas! Ja, das ist ein bisschen blöd hier wegen dem Strand. Äh, wegen dem Sand. Aber das finde ich eigentlich auch ganz cool. So. Oder? Also, ich finde, das hat irgendwie was. Guck mal, das ist da nicht so ganz reinglitscht. Aber da bin ich ein bisschen lockerer geworden. Die Blätter dürfen ruhig das Gebäude berühren. Das ist nicht so schlimm. Nur hier den Boden nicht. So. Ja, die Laternen finde ich auch cool. Hier muss auch nochmal irgendwie ein Teppich davor. Haben wir noch so einen roten Teppich? Oh, es macht mir langsam wieder Spaß zu bauen. Wenn man einmal den Anfang gefunden hat, ihr kennt das bestimmt, da macht es irgendwie Bock. Und der ist sogar zentriert. Und man kann den Teppich da drunter legen. Oh, wie schön. Oh, man kann den Teppich da richtig drunter machen. Das liebe ich. Oh, wie geil. Warum geht das nicht bei jedem Haus so einfach? Und der Teppich ist zentriert zum Haus. Der ist zentriert zum Haus, nicht wie hier. Guck mal. Hier ist das nicht zentriert zu der Tür. Das ist super nervig. Und man kann die... Man kann die Teppiche nicht mal da drunter schieben. Warum geht das hier? Oh, das ist ja cool. Viva Las Vegas. Geht hier noch irgendwie Laternen hin? Ne, naja. Das ist, glaube ich, da ein bisschen zu viel. Oder so vielleicht. Mal gucken. Viva Las Vegas. Ja, so. Ja, guck mal. Das sieht doch schon mal mega geil aus. Tankstelle müssen wir mal gucken, was wir da noch irgendwie raus machen. Aber das gefällt mir schon. Aber auch mit den Palmen finde ich richtig, richtig geil. Finde ich gut. Oder? Das hat doch richtig was Casino-mäßiges. So wollte ich das doch haben. Haben wir noch mehr von den Laternen? Leider nicht, ne? Die müssen wir nochmal herstellen. Oder die... Ja, die wären natürlich auch nochmal schön. Obwohl ich die immer ein bisschen too much finde. Und leider kann man die nicht so zentrieren wie die hier. Was ist ja super nervig. Außer man macht das so. Oh, schwierig. Ich stelle sie erst mal hier hin. Was haben wir denn noch? Wir müssen auch noch so ein... So ein Feld bauen mit den ganzen Pflanzen. Das gefällt mir schon mal geil. Das gefällt mir schon mal geil. Die Bude hier. Ja, das ist ja zu kürbismäßig. Ich will ja erst mal hier so die Casino-Anlage bauen. Genau. Was könnte man denn hier unten jetzt noch machen? Könnte man natürlich auch noch den Weg so verbinden. Ja, ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Naja, es sieht komisch. Das muss schon so verbunden bleiben. Ich mag auch mal gern diese Muster eigentlich hier. Kann man natürlich hier wieder nicht auf den Weg. Ich bin auch überlegen, da nochmal so Brunnen hinzumachen. Kann man das einmal mal entfernen? Ja, wunderbar. Können wir das vielleicht nochmal so stellen. Und da auch nochmal diese... Ich liebe halt hier auch diese Bespringbrunnenfliesen, ne? Auch eines meiner Lieblings-Items. Das Ding habe ich auch, glaube ich, so oft, ne? Ja, mal gucken, ob wir es so lassen. So, jetzt ist das Haus da wieder hin. Oder erst mal noch ein paar Pflanzen vielleicht drumherum. Äh, gestrüppt. Wir haben können noch so ein paar... Ich finde, die Palmen sind cool, oder? Schreibt es da gerne in die Kommis. Oder findet ihr es absolut hässlich? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie... Das hat was. Ja. Was sind die Fetten? Die gehen leider nicht, ne? Die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, die sind so ein bisschen laggy, leider. So. Ja, alles ruhig. Du kriegst gleich deine Tabletten. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Nein! Das bin ich nicht. Das macht das automatisch. So ist gut. Ja, den Sand müssen wir noch ein bisschen mehr dekorieren. Viva Las Vegas. Boah, das gefällt mir. Ich finde den Boden auch klasse. Auch sehr, sehr schön. Was haben wir hier noch? Ja, man darf nicht zu viel drauf machen. Natürlich werden auch die Pflanzen halt einfach schön. Die liebe ich halt auch, ne? Aber ich will die nicht immer zu viel benutzen. Aber dann sind die nichts mehr Besonderes. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist dann immer so ein bisschen... Ja, ich mach erstmal das Haus nochmal wieder hin. Vielleicht wechsle ich die Kakteen später nochmal aus. So, oder wo haben wir das jetzt? Also das ist halt komplett entfernt. Jetzt muss es ja wieder hier sein. Ansonsten welche Häuser fehlen uns? So haben wir Mulans Haus müssen wir noch dekorieren. Sonst haben wir, glaube ich, alle, ne? Mulans Haus. Ostwalds Haus. Süßigkeitenhäuser. Das sind ja ein vergessene Land. Hier müssen wir noch die Dschungelhäuser machen. Die Bäckerei muss noch in den Dschungel. Stimmt. Ja. So, das kommt dann wieder hier hin. Oder? Gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht machen wir hier doch nochmal die Palmen weg. Ach, die Kakteen. Kann man natürlich auch mal hier so schön zwischen machen. Hier so. Die gefallen mir auch mal sehr, sehr gut. Vielleicht mach ich da doch eher diese bunten Pflanzen so ein bisschen hin. Da kann man auch so ein Kaktus noch hin machen. Oder hier. Ist auch nochmal ganz schön, finde ich. Dann würde ich da vielleicht doch nochmal diese bunten hinstellen. Diese roten zum Beispiel. Die liebe ich auch. Dieses kleine Brotgestrüpp. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, die bringen da noch mehr in Zukunft. Hier, das finde ich sehr schön. Oder machen wir das vielleicht sogar besser dahin. Ja, von den Bäumen passt es nicht ganz. Der Baum ist ein bisschen näher dran. Ging das hier nicht? Ich glaube, es ging nicht. Wegen dem Haus oder so. Oder geht doch zurück. So ist besser, ne? Ja, dann steht es nicht so ganz am Rand. Finde ich, glaube ich, schöner so. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen dran werken. Was da besser aussieht. Oder noch mehr andere Pflanzen hinmachen. Weil ich mag immer diese kleinen Garteninseln. Ich finde das eigentlich mal ganz schön. Das bringt nochmal ein bisschen Abwechslung rein, das Ganze. Ich habe halt den grünen Daumen, ne? So. Hier ist es irgendwie ein bisschen eng. Das kann auch am Baum liegen. So vielleicht. Das muss auch noch ein bisschen nach hinten. Ich finde, die Palmen sind super, ne? Gucken auch in die richtige Richtung. Ja. Da müssen wir vielleicht da noch mehr Gestrüpp hin. Ist auch wieder super, super heiß, ne? 31 Grad. Ihr wisst Bescheid, Leute. So, hier noch ein bisschen. Oder hier vorne. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen anders machen. Aber ein bisschen diesen Wüstensand auch verdeckt. Der ist ja jetzt auch nicht wunderschön. Also, wie gesagt, kann natürlich sein, dass ich Off-Camp nochmal viel ändern werde. Aber es sieht schon mal cool aus. Oder? Hier müssen wir nochmal schauen. Das ist halt auch wieder so, das ist auch wieder so ein Stil. Der passt hier auch nicht so wirklich rein. Tankstelle muss ich auch nochmal gucken. Ich finde aber, so haben wir die Ecke schon mal hier gut gestopft, hier hinten. Finde ich cool. Hier fehlt natürlich irgendwie noch so ein Automobil oder sowas, ne? Wir haben noch diesen bunten Feuerwehrwahl. Wir haben dieses Thunhaus natürlich noch. Ah, sieht schon cool aus. Hier gucke ich mal, ob ich noch ein paar Pflanzen hinmache. Da hat noch so eine Bank hin, ne? Ja, sieht auch nochmal geil aus, ne? Ah, leider gefällt mir diese Bank nicht so gut. Hier sieht die hier aus. Wir haben sonst noch diese bunte Bank. Wie schöner, ne? Ich gucke nochmal nach Sitzmöglichkeiten. Wir haben die ja nochmal in Bund. Die normale Bank, ne. Ne, die sieht schäbig aus. Gerne mehr Bänke. Bänke, Bänke, Bänke. Wüstenbänke brauche ich. Wüsten Las Vegas Bänke. Schwebebank, das sind alles so Sofas eher. Sofa, Sofa, Sofa. Sofa, verrostete Bank. Hier, die meine ich bunte, ne? Oder eher doch die grüne. Eher noch die grüne, oder? Oder die hier? Schreibt's in die Kommis, welche euch besser gefällt. Das ist halt aus Eisstilen. Ich hab schon ein paar von denen auf dem anderen Jahrmarkt gemacht. Boah, ich würd, glaub ich, eher die grüne noch nehmen. Weiß ich nicht, mit Mülltonnen wieder. So wie früher. So. Bisschen zurück vielleicht noch. Wo ist eigentlich eher so? Ich glaub, ich würd's erst mal so lassen. Ich weiß nicht, ob es mir hundertprozentig gefällt, aber... Ich liebe auch dieses Duplizieren, dass man einfach nur da draufklicken muss. So. Ich würd's erst mal so lassen. Mal gucken. Oder wenn man jetzt so von hier kommt. Also, es gefällt mir schon ganz gut. Ist noch nicht richtig fertig. Da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ich glaub, mit dem Bänk, mit dem Mülltonnen, find ich cool. Das sieht von hier gut aus, wenn man von hier so kommt. Tankstelle noch keine Ahnung, was ich damit mache. Mal gucken. Aber so an sich. Andere Bänke wären natürlich nochmal schön. Die Palmen find ich, glaub ich, echt cool. Unten muss ich auch nochmal gucken, ob ich das Gestrüpp doch nochmal ändere. Oder doch weniger mache. Aber an sich find ich's erst mal so ganz cool. Oder? Da haben wir schon mal den ersten Teil dieses Wüstenabschnitts halbwegs fertiggestellt. Natürlich, jetzt fehlen natürlich super viele Details noch. Ja, vieles kommt natürlich auch in den nächsten Updates. Ich hab einfach noch nicht geile Möbel. Auch hier das Ding find ich jetzt auch nicht ganz optimal. Da könnten auch nochmal andere Torbögen kommen, die ein bisschen schöner sind. Vielleicht mit so einem Leuchtschild oder sowas. Falls ihr noch Ideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Hier nochmal so ein großer Brunnen. Wir haben nochmal richtig schön. Ja. Ne? Wo so richtig Fontänen rauskommen oder sowas. Aber so viel ist erstmal ganz gut. Alles klar, Leute. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön. Aktiviert gerne das Glöckchen. Und wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung da rein. Ich find's erstmal so ganz gut. Ich bin zufrieden. Ich mag das erstmal so ganz gerne. Und dann werden wir in den nächsten Wochen weiterbauen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder auf Stream wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.